Ja, und wir fangen natürlich jetzt auch richtig an mit Musik wie jedes Mal. Wir haben Gäste aus London da und zwar sind sie gerade von ihrer England-Tournee zurückgekehrt. Ihr Stück ist auch in den Charts. Tanzen gehört für sie dazu. Hier sind die London Boys mit Requiem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020